Yo Leute, was geht? Ich komme aus der Zukunft. Ich muss schon sagen, das Video wird hammer mega geil werden. Also lasst unbedingt ein Like und Abo da. Und ich will euch eine kleine Kostprobe geben. Hier mal ein paar kleine unangenehme Leute, die im RP gefangen sind. Geh weg, Opfer! Und das, meine Freunde, sind Gambus in freier Wildbahn. Ich dachte, dass er dein Schafter ist. Dein Schafter ist langsamer aus unserer Buggy, du bist richtig. Wurde schneller als dein Auto. Geh mal weg hier. Hast du Angst? Komm, fahr weg. Du sollst dich witzig haben. Das ist richtig. So, das war nur die Vorausspeise. Also jetzt kommen wir zum Hop-Gang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ach und Leute, auf jeden Fall teilt mal das Video an alle eure Freunde. Ich will dieses Jahr noch die 100k knacken. Einfach Comeback gestern gemacht und in zwei Monaten die 100k, sagt ihr Leute. Easy peasy, würde ich sagen, wenn ihr das alle teilt. Acquire an die Starts macht von YouTube, würde ich sagen. Jo, moin Leute, was geht? Ich möchte jetzt wieder versuchen, Daily Videos hochzuladen. Aber ich bin euch ehrlich, ich habe dafür absolut keine Zeit. Deswegen brauche ich einen Cutter. Also falls jemanden kennt, kommt auf meinen Discord. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und es wäre halt wild, wenn es irgendeinen geilen Cutter gibt, der halt es auch wirklich gut kann und nicht einfach irgendwie nur ein 0815-Typ ist. Und ja, meld dich einfach mal bei mir. Und ja, nun, da ich das gesagt habe, würde ich euch willkommen heißen. Zu dieser schönen schmackotastischen Folge GTIP. Ey, nicht meinen Wagen abschleppen. Einsteigen, Clay, sei sie. Ah, wieso? Digga, hier. Der, was schießt du? Gar nichts damit zu tun. Digga, was ist denn da los? Digga, warum bin ich hier schon wieder gelandet? Medic nicht hochholen, das sind Trollers. Chaos. Hallo. Es ist ein Medic. Ja, ich weiß, dass es ein Medic ist, aber ich habe gesagt, dass ihr die nicht hochholen sollt. Die sind böse. Nein. Sag dir vor, die sind auch jetzt tot. Was machen wir mit denen? Sollen wir die irgendwo in Gebüse stecken? Ja, wenn ich böse bin? Ja, aber Kost, denn ich kenne irgendwo die Stimme her, ne? Im Auto, hallo? Machen wir YouTube? Ja, ich hatte gerade Teamspeak-Probleme. Was hast du gesagt? Was für Probleme? Teamspeak-Probleme. Teamspeak-Probleme? Ja. Armeck, verpiss dich bitte von den blöden Server-Altern. Mach wie du, Alter, nee. Nee, ich hasse den, würde er machen, so viel Content auch, komm. Du weißt auch nicht, was er redet, das ist ein bisschen seltsam. Ja, aber Armeck. Ich sag dir, wie es ist, irgendwie zwischen mir und Armeck gibt es eine Verbindung, keine Ahnung, wieso. Früher war das auch schon so, ich wurde irgendwie ständig mit Armeck angesprochen. Aber wir hören uns das einfach auch gar nicht gleich an. Das Einzige, was wir machen... Ey, wir weg, du... Ich rede gerade. Digger, komm, jetzt habe ich die gekränkt, jetzt habe ich die gekränkt, seht ihr's. Hilfe, ich brauche Hilfe, die wollen nicht töten. Ausstämmer, oder? Hallo, hier ist eine grüne Wiese, geht weg. Junge, jetzt würde ich einfach zu einem Admin-Teleportiert. Ähm, wurde gesagt, dass sie ein Nitspaar sind? Bist du die Projektleitung? Nein, aber stimmt das? Nein. Bist du Armeck? Nein! Ich schwöre, ich bin der größte Fanboy. Bist du Armeck? Nein! Sei mal ehrlich. Ich bin wirklich nicht Armeck. Hol mich mal kurz hoch. Kann ich nicht. Aber Junge, kannst du überhaupt was? Ja. Was? Ich kann das. Na, jetzt würde ich nicht Band auf Kripp. Okay, ich dachte gerade, du machst jetzt den Band-Move. Aber ich bin nicht Armeck. Aber wurdest du gerade von den Rdm? Ja, wurde ich. Haben die nichts gesagt. Ja, mein Game ist abgeschüttet. Ja, miese Zeiten. Das kenne ich auch. Ich habe auch eine Bambusleitung. Wir machen das so. Ich bringe kurz das Auto in Afrika. Wieso fährst du mein Auto weg? Nein, weil, guck mal, wenn ein Mace-Bank-Auto, auf dem Mace-Bank-Tower ein Auto steht, weiß ich ja nicht. Ja, es ist mein Auto. Du kannst doch nicht mein Auto jetzt einfach wegfahren. Du hast mich hier hochzulaportiert und jetzt willst du mein Auto wegnehmen. Warte, Info, Yakuza. Na, hä? Ja, ich habe es geklaut. In einem RP-Strang. Ja, aber Bro. Ja, hä, es ist so mein Auto. Warum willst du es jetzt wegnehmen? Ja, willst du? Hast du einen Clip, wo du erlämt wurdest? Ja, habe ich. Ja, dann komm mal Support. Kann ich jetzt hochholed werden? Ich möchte erst den Clip sehen. Du kannst dich danach auch wieder töten. Erst der Clip, dann das hochholen. Ja, erst hochholen, dann der Clip. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay, wie willst du hier runterkommen? Außer Disconnect. Dann kann ich dich aber wandeln lassen. Nee, guck mal. Also, du stellst dich jetzt ans rote Licht. Du holst mich hoch. Dann steige ich jetzt Auto hin. Dann geben wir den Support. Dann zeige ich den Clip. Und wenn der falsch ist, dann kannst du mich einfach wieder töten. Du hast ja nichts zu verlieren. Okay. Ja, hallo? Was haben sie denn dabei? Gar nichts. Ja, okay, dann mach einmal Disconnect. Ich will aber keinen Regelbruch machen. Nein, damit du wieder lebst. Aber es ist ein Regelbruch. Ich will schon legitim revived werden. Ja, aber ich kann dich nicht reviven. Mach mal slash revive 46. Nein, kann ich nicht. Versuch's mal. Ein Mod kann das nicht mal. Nicht, mein Mod kann reviven. Was bist du? Ich? Ich bin Supporter. Soll ich den Lob schreiben für den Ubrank? Ja, ne. Fällt gerade auf. Der Atme ist der Typ, den ich bei einem GRDM habe. So, hallo? Ja. Ah, du möchtest mit den Clips hier nicht. Na, jetzt lohnt sich eh nicht mehr. Jetzt kann ich eh gleich respawnen. Dann, tschüss, ne? Hey, revive mich. Ich kann dich nicht reviven. Ich bin so ein paar. Ja, dann lass mich mal jemanden reviven. Nein, jetzt revive mich. Kann ich nicht gesagt. Ich kann dir ein Auto geben. Ich kann dir ein Auto geben. Hier steht ein Auto direkt neben mir. Ja, kann ich mir ein Auto geben. Einfach nur revive. Kannst du mich jetzt reviven? Nein, ich kann dich nicht. Ja, dann sag dem Typen, der das machen kann. Ich hab's im Superb-Check geschrien. Wenn jetzt keiner dich hoch holt, dann kann ich's leider auch nicht. Teleportier einfach ein Admin hierher. Nein, ich bin doch nicht dumm. Du machst einfach, ist doch egal. Nein, ich bin doch nicht dumm. Du bist doch nur ein Support, weil du brauchst ihn. Hä? Teleportier ihn her und sagst so, ja, ich brauch deine Hilfe. Nein, das darf man nicht. Ich bin dann beim PD, ne? Oh, geil, respawn. Also die 15-Minuten-Video habe ich zwar jetzt voll, aber Bro, das war ja wirklich anders los mit dem Typen. Naja, egal, ich sneak mir mal den Wagen hier. Ah, Junge, was ist mit dem Fahrzeug los? Aussteigen wir das Kleid. Guck mal, jetzt steige ich aus. War das Niederne? Okay. Ah, ah, ah. Das heißt, Nagi, okay. Digger, was ist das hier? So, wo ist jetzt die Polizei? Oder überhaupt mal ein paar Leute? Da hinten sehe ich die Polizei. Wartet mal kurz. Vielleicht hole ich ihn noch ein. Eine Vollbremsung. Allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal mit rechts ran. Ja, er ist es. Rechts ran, habe ich gesagt. Mal gucken, was er macht. Rechts ran. Rechts ran fahren. Wenn sie nicht rechts ran fahren, schieße ich auf ihre Reifen. Ich fühle den Typen. Okay, ich schieße jetzt. Digger, ich fühle den Typen. Ich schieße auf ihre Reifen. Digger, aber er kann auch gar nicht fahren. Oh, oh, er schießt. Bro, ich habe ihn jetzt schon abgehangen. Miese Zeiten. Guck mal, da ist er. Jetzt fahre ich wieder in die... Ah! Ich will ihn eigentlich gar nicht abhängen, weil ich ein bisschen RP mit ihm machen will. Wisst ihr? Ich ergiebe mich, ja. Hallo, Officer. Was habe ich gemacht? Hände hoch. Hände hoch. Habe ich gesagt. Achso, er, da, an die Wand. Okay, ja. Hä? Was warst du? Du bist so dumm. Du bist so ein B****. 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 Alter. Okay, ich habe es noch nicht geschafft. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal einen Medic, weil ich will ihn wieder hochholen. Lassen wir mal gucken, was er macht im RP. Ich werde jetzt versuchen, mit ihm mal richtig RP zu spielen. Hallo. Der Arme hat jetzt meinen kaputten Wagen genommen, weil er jetzt natürlich cool sein wollte und mit dem Wagen abziehen wollte. Also eigentlich wäre ich nicht angehalten, aber ich hatte keinen Bock zu sterben, weil halt mäßig ich den Typen hier noch reviven will und mal sehen will, wie er RP machen will. Fühlen sich dann krass jetzt im Nachhinein wahrscheinlich noch. Hallo. Hallo. Also das ist auch für mich unangenehm genug. Oha, er hat ne Waffe, er hat ne Waffe, er hat ne Waffe. Ey, Bruder, das war so unangenehm, ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob ihr es reinschneidet oder nicht, aber er hat einfach so ein Rap-Lied anhand dazu gerappt. Mal gucken, ob ich es reinmache. Es ist halt Copyright, das ist nicht so geil. Hallo, Smartfahrer, hallo. Er ist tot. Lass dich mal, diga, lass dich mal. Diga, was passiert hier, Alter? Ich bin Autist, diga, mach dir meinen Chefsbald kaputt, diga. Kleiner Hund, dann lach. Also sag mal nicht zusammen, chillen, diga. Ey, hallo, Smartfahrer. Oha. Einmal blassen, diga. Sag mal, was denkst du, wie du bist, Junge? Steig mal aus, wenn ich mit dir rede. Ey, das ist todesunangenehm. Guck mal, wie er schießt, ja, guck mal, wie er sich gekränkt fühlt. Hallo, hallo, ich rede mit dir, hallo. Hallo, wie bleibst du dir da ab? Ich hab Schüsse gehört, diga, da musst ich das machen, diga. Ja, Bruder, ich hab nur seine Reif kaputt geschossen, weil der mich tot gerammt hat. Ich war fast bewusstlos. Du Idiot, diga. Diga, aber bin ich hier nur gelandet? Aber ich muss schon sagen, Trolling ist schon lange nicht mehr so unangenehm wie Leute im RP gefangen. Der wird sowas von umdrehen, er ist jetzt auf jeden Fall in seinem RP-Leben gekränkt, ich sag's euch. Es wird gleich unangenehm. Ja, was hab ich gesagt, Leute? Ich würde sagen, es war genug gutes RP für heute. Ich würde sagen, ich würde sagen, es war genug gut.